Der König der wilden Jagd war besiegt. Für Ciri und ihre außergewöhnliche Gabe war die Geschichte jedoch nicht vorbei. Die Zauberinnen halfen dem Hexer den Aufenthaltsort von Ciri und Avalach zu bestimmen. Sie befanden sich auf Undweg. Geralt und Yennefer brachen gemeinsam auf, um sie zu suchen. Yo Freunde, weiter geht's mit einer neuen Folge mit wahrscheinlich dem letzten Part, beziehungsweise einer von den letzten wird's auf jeden Fall sein, denn... ...ja, Ciri ist anscheinend irgendwie in dem Elfentum gefangen mit Avalach zusammen. Der alte Zigeuner hat uns betrogen, war klar, Elfen kann man nie vertrauen. Und werde ich jetzt mal abchecken, auf jeden Fall sollte ich vielleicht mal ein paar Tränke auffüllen, was natürlich jetzt in dem Moment nicht machbar ist. Dann scheiß drauf. Wir packen uns jetzt mal den Zigeuner. Und dann bin ich gespannt, wie's weitergeht. Hallo? Ist da jemand? Oh, what the fuck? Harte Barriere am Start. Ey, da ist ein Pisser. Gerold, wie bedauerlich. Ich hatte gehofft, dass du dies nicht mit ansehen musst. Wo ist Ciri? Ganz nah. Hör zu. Sei still. Mir reicht es mit deinem Scheißdreck. Zieh die Waffe, bringen wir's hinter uns. Du glaubst wohl, dass ich dich verschone? Ich glaube, dass du einen Unbewaffneten nicht angreifst. Da wäre ich nicht sicher. Ich bin wirklich sauer. Ich bin nicht dein Feind. Ich helfe Ciriya doch nur. Ich glaube dir nicht. Kann ich nicht. Nicht nach Halt hin. Glaubst du denn mir? What the fuck? Avalach sagt die Wahrheit. Ich hab ihn gebeten, mir beim Öffnen des Turms zu helfen, den ich betreten will. Was? Warum zum Teufel tust du das? Die wilde Jagd ist besiegt. Die weiße Kälte aber nicht. Die Prophezeiungen sind wahr. Ich habe Welten gesehen, die in Eis gefesselt sind. Ich weiß, was euch erwartet. Nur das ältere Blut kann die weiße Kälte aufhalten. Nur ich kann es. Du musst dieses Opfer nicht zerbringen. Da liegst du falsch. Die weiße Kälte ist unvermeidbar. Sie wird die Welten einfrieren, eine nach der anderen und alles Leben vernichten. Mach keinen Scheiß, Mann. Nur ich kann die Zerstörung verhindern. Ich habe lange darüber nachgedacht. Mein Entschluss steht fest. Es muss einen anderen Weg gehen. Was weißt du schon vom Weltenretten, Dummkopf? Du bist ein Hexer. Das ist meine Geschichte, nicht deine. Lass sie mich zu Ende erzählen. Ist das wirklich Ciri? Ciri, ich verbiete es. Du kennst mich. Ich mag nichts lieber als Regeln zu brechen. Hiermit brichst du mehr als nur eine Regel. Es tut mir leid. Puh. Der ganze Kampf. Der ganze Ärger wegen ihr. Und jetzt kommen sie mir so, ne? Unfassbar. Die hat doch Gehirnwäsche gehabt, ey. Das kann ich nicht glauben, Mann. Was geht? Das kann ich nicht glauben, Mann. Oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.